In der heutigen Late Night Show geht es um Magier und Monster. Wir reden einmal über den Dungeons & Dragons Band Mordenkainen präsentiert Monster des Multiversums und über ein Bildband vor allen Dingen zum Hobbit und dem Herrn der Ringe und ein bisschen anderem Tolkien. Mordenkainen ist einer der bekannteren NSCs aus dem Multiversum von Dungeons & Dragons, ein kahlköpfiger Magier mit fragwürdigen Launen und Moral und er präsentiert uns ein Buch voller Monster. Mordenkainen Presents Monsters of the Multiverse ist auf Englisch als Teil eines Geschenksets erschienen, was Regelerweiterungen enthält und das wir schon einmal in einer Late Nerd Show besprochen haben und kommt jetzt einzeln außerhalb eines solchen Schubers auf Deutsch, als Mordenkainen präsentiert Monster des Multiversums heraus. So ist es auch auf Englisch etwas zeitverzögert zu dem Schuber erschienen, aber ursprünglich ist es gedacht gewesen als ein weiterer Band, der zusammen mit Xenathar's Guide to Everything und Tasha's Cauldron of Everything die drei Regelerweiterungsbücher darstellen, die man für Dungeons & Dragons in der 5. Edition am ehesten braucht und hat zwei andere Bände ersetzt, beziehungsweise zwei Bände sind in ihm aufgegangen, die schon existieren und wenn ihr jetzt schon verwirrt seid, ist das absolut berechtigt. Versuchen wir es also nochmal aufzurollen. Mordenkainen präsentiert Monster des Multiversums, enthält Inhalte, die vorher verteilt waren auf Volos Guide to Monsters und Mordenkainen's Tome of Foes. Das waren zwei verschiedene Bände, in denen es um nichtmenschliche Spezies und um Monster ging und die vor allen Dingen natürlich Listen und Werte enthalten haben und verschiedene Varianten von diesen nichtmenschlichen Spezies und Monstern, aber auch eine ganze Menge an Fluff dazu geliefert haben. Volo, ebenfalls ein bekannter NSC aus dem Multiversum von Dungeons & Dragons, ist ja ein bekannter Weltreisender, der dabei über alles Mögliche schreibt und Notizen herstellt, um dann Volos Guides zu allem Möglichen zu schreiben, die schon sehr lange Teil der Welt sind. Und dementsprechend war gerade Volos Guide auch ein Buch, in dem es eine Menge Betrachtungen dazu gab, wie die Leute eigentlich drauf sind oder was das für Viecher sind und wo sie herkommen. Und man wird jetzt wahrscheinlich sich schon denken, wenn man sagt, das waren zwei Bücher und jetzt gibt es eines, was diese Inhalte zusammenführt, und wie kann das sein, was ist dabei weggelassen worden? Und wahrscheinlich ahnt ihr es auch schon, oder vielleicht habt ihr unsere Rezensionen des englischen Bandes auch schon gesehen, der Fluff bleibt größtenteils auf der Strecke. Mordenkainen präsentiert Monster des Multiversums ist wirklich in allererster Linie ein weiteres Monsterhandbuch. Das heißt, wir haben hier massiv viele verschiedene Gegner, die einfach den allergrößten Teil hiervon ausmachen. Das Ganze ist alphabetisch sortiert nach einem einführenden Kapitel, wo ein bisschen erklärt wird, wie diese Einträge funktionieren, was für verschiedene Arten von Monster es gibt. Und dann kann man sich vorarbeiten von, hier sind noch ein paar Spezies, von Abishai, bis hinten zu Stahlpredators, nicht der letzte Verschlinger, ist auf jeden Fall, ihr versteht es, von A bis Z. Ihr habt am Anfang auch eine kurze Übersicht zu nichtmenschlichen Spezies, was die sind und was die können, Githienki, Goliathen, Grottenschrate, Hobgoblins, und vor allen Dingen werden die hier vorgestellt als spielbare Wesenheiten. Da sind zum Beispiel auch die Haringon drin, also kleine Feenwesen, Kenku, Kobolde, Meereselfen, Minotauren. Das heißt, in allererster Linie einfach Monsterhandbuch, so wie man es vertraut ist. Es gibt einen Text dazu, der beschreibt, was das für ein Viech ist oder was das für ein Gegner ist. Es gibt eine Illustration und dann gibt es einen Werteblock, inklusive aller Angriffe und dergleichen. Und vorneweg ein bisschen was für die Charaktererstellung, wo man sehr viel mehr verschiedene Spezies haben kann, die übrigens nach den Erstellungsregeln funktionieren, die seit Tascha offiziell sind, nämlich dass nicht mehr die Attributsboni fest vorgeschrieben verteilt werden, sondern dass man drei Punkte frei verteilen kann für jedes nichtmenschliche Wesen, das man spielen möchte. Und dann eben noch ein paar zusätzliche Fähigkeiten, Eigenschaften, Resistenzen oder so etwas bekommt. Was übrigens auch auf der Strecke geblieben ist, neben sehr viel Fluff, sind eine Handvoll von Monstern vor allen Dingen aus Volus Guide. Und da sind vor allem Unterformen der Orks verschwunden. Vermutlich, so mutmaßt zumindest das Internet, einmal weil die sehr settingspezifisch waren für die verlorenen Reiche und Dungeons & Dragons versucht, ein bisschen settingagnostischer zu sein, also dass die Bücher für alle möglichen Hintergrundwelten geeignet sind und nicht nur für eine spezifisch. Und zweitens, dass Orks immer mehr in Richtung einer spielbaren Spezies gerückt werden und weniger als generische Gegner dienen sollen. Das ist jetzt aber tatsächlich auch kein irrsinnig vielfältiges oder irrsinnig wertiges Material, das da weggefallen ist. Es sind unterschiedliche Orks, die ein bisschen unterschiedlich was können. Aber das sind Dinge, die man als halbwegs erfahrene Spielleitung genauso selber ein bisschen hin und her drehen kann. Es ist also, wenn ihr mit Dungeons & Dragons angefangen habt und ihr habt die Heilige Dreieinigkeit, das Spielerhandbuch, das Spielleiterhandbuch, obwohl das nicht ganz so wichtig ist bei Dungeons & Dragons 5 im Vergleich zu früheren Ausgaben und das Monsterhandbuch, dann ist Mordenkainen jetzt eins der drei Regelerweiterungsbücher, das euch einfach mehr Material zum damit herumspielen gibt, zwei Bände zusammenführt und noch ein paar andere Sachen mit da reinpackt. Und vor allen Dingen, wenn eure Leute sagen, ich würde gerne andere Spezies spielen, die hier in keinem der anderen Bände vorhanden ist, dann ist das ganz cool. Oder wenn ihr einfach noch viel mehr reinwerfen wollt. Es ist aber jetzt kein augenöffnendes, umwerfendes Buch, ist es einfach more of the same, könnte man sagen, mehr, dass man in die große Mühle einer eigenen Kampagne werfen kann. Die deutsche Übersetzung ist in Ordnung. Sie ist jetzt, sagen wir mal so, Monsterhandbücher gerade, wenn die längeren Flavteile wegfallen. Also es ist nicht so, dass man hier gar nichts über die Monster erfährt oder die Spezies. Die haben immer noch einen längeren Fließtext, der dazugehört. Nur die Kapitel, in denen das ein bisschen weiter ausgeführt wurde, sind weg. Also diese Texte sind ja keine hohe Literatur und dementsprechend ist die deutsche Übersetzung auch einfach nutzbar, aber jetzt nichts Umwerfendes, aber immerhin ist sie angenehm weglesbar, was bei Dungeons & Dragons Übersetzungen in der Vergangenheit nicht immer der Fall war. Das sind insgesamt sieben von zehn möglichen Punkten und mit einem weiteren Anmerkung, dass die Ordnung dieser Bücher doch deutlich erleichtert werden könnte, wenn man irgendwie markieren würde, was der Sinn dieser Bücher ist. Denn präsentiert Monster des Multiversums deutet zumindest an, dass es ein Monsterhandbuch ist, aber da Dungeons & Dragons keine besonderen Einbandfarben oder andere Markierungen hat, könnte es auch zum Beispiel ein Kampagnenband sein oder sonst irgendetwas. Es ist Monsterhandbuch 2. Sagen wir es doch einfach rundheraus. Ich lege den einen mächtigen Zauberer, der hin und wieder vielleicht ein wenig grau ist, beiseite und zeige euch diesen Gandalf. Der ist aus dem Bildband Mittelerde. Das ist eine Sammlung von Illustrationen unterschiedlicher Technik von Donato Giancola. Donato Giancola ist ein Künstler und auch ein Lehrer für Kunst, der nicht nur für Herr der Ringe gemalt hat, sondern für verschiedenste Medien und verschiedenste Auftraggeber. Aber seine Bilder für den Herr der Ringe, für den Hobbit, für das Silmarillion sind in einer Reihe von mehreren Künstlern, die häufig als die Illustratoren für der Herr der Ringe, für Tolkien generell hochgehalten werden. Und zwei von denen finden sich auch als Kommentatoren in diesem Band, nämlich John Howe und Ted Nesmith. Und wenn man hineinschaut, fällt einem auf, dass Giancola vor allen Dingen eine Art und Weise zum Malen hat, die mit Licht und Schatten und gerade mit den Porträts und mit den Körpern der Leute ein wenig umgeht, wie Meister in der alten Zeit. Ich bin nicht so besonders bewandert in unterschiedlichen, sag ich mal, kunstgeschichtlichen Epochen. Aber die Kommentatoren selber weisen immer mal wieder auf Künstler des 18. Jahrhunderts hin, bei deren Arbeit mit Licht sich Giancola bedient. Hier zum Beispiel der Frodo, der da hingestreckt liegt, mit dem Licht, das auf seiner Haut flimmert regelrecht. Was quasi der Fantasy-Illustration noch einen ganz anderen Ausdruck gibt, weil es auf eine Art und Weise gestaltet ist, die aussieht, als könnte es neben anderen Meistern in einem Museum hängen. Es ist wie gesagt ein Bildwand und es ist wirklich kaum mehr als das. Wir haben hinten einen Erklärungstext, wer Donato Giancola ist, der ziemlich kurz ist. Wir haben einen Erklärungstext, wer J.R.R. Tolkien war, was vielleicht fast ein bisschen überflüssig ist, wenn man sich ein Bildband namens Mittelerde geholt hat. Und wir haben eine kurze Einleitung, in der er mehr oder weniger auch nur gesagt hat, Giancola malt gut und das tut er unter anderem für den Herr der Ringe von Ted Nesmith. Und ansonsten erfahren wir quasi nichts zu den Illustrationen. Die Texte, die dabei sind, sind eigentlich immer nur eine Beschreibung dessen, was gerade in dem Bild passiert, also zu welcher Szene aus den Büchern das gedacht ist. Und dann gibt es einen kurzen Hinweis, wie heißt das Bild, wie groß ist es und in welcher Sammlung befindet es sich oder wo kann man es sich anschauen. Und nichts dazu zum Beispiel, wie das war die Vorskizze zu dem und dem oder das ist dann und dann entstanden oder hier hat er das ausprobiert, das gehört zu einer Reihe. Also weitere Informationen. Da hätte man, denke ich, noch sehr viel machen können. Es ist ein wirklich wunderschöner Band, aber auch nicht mehr als das. Das sind schöne Bilder. Das sind sieben von zehn möglichen Punkten erneut, was unseres ist okay, aber haut mich nicht um, mehr oder weniger ist. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, liebe Leute. Passt auf euch auf. Und zum Abschluss sei der Hinweis gestattet, dass alles, was wir hier machen, das sind diese Late Nerd Shows, das sind aber auch haufenweise Sachen, die wir live auf Twitch machen, dort auf dem Orkenspalter-TV-Kanal Let's Plays, die dann auf unserem zweiten YouTube-Kanal Orkenspalter-TV spielt, beziehungsweise Orkenspalter-TV live landen, dass all das nur möglich ist, weil uns sehr, sehr viele, sehr freundliche Leute auf Patreon unterstützen und wir alle herzlich einladen, das auch zu tun. Natürlich aus eigenem Interesse heraus, aber auch blocken wir euch mit dem Versprechen, dort eine tolle Community zu finden. Die gibt es da wirklich. Wir haben da haufenweise Leute, die sich übenvoll um neue kümmern und es wird regelmäßig zusammengespielt, gequatscht und ich bin stolz darauf tatsächlich, dass sich unter unserer Schirmherrschaft oder besser der von Heinz ein so angenehmes kleines Trüppchen zusammengefunden hat. In dem Sinne, passt auf euch auf, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ja, und? Das Pui 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 war nicht für dich gedacht, Indi, aber das ist schon sehr süß. Ich würde mich schon recht aufgelenkt sind. Oh. Ich würde mich schon recht aufgelenkt sind.